So Freunde, willkommen zu diesem Video. Wir werden uns die Turnierdefensiven einmal anschauen und auch einen kleinen Rückblick machen zu den Freitagsangriffen. Die habe ich ja nicht aufgenommen, weil gestern war ja der Einstieg und da vielleicht auch nochmal, weil ganz, ganz viele Leute mich gefragt haben, wie war es denn und lief alles gut? Ja, lief gut. Das Einzige, was so ein bisschen stressig wird, sage ich mal, ist der Weg hin und der Weg zurück, weil das sind dann doch ein paar Kilometer. Ja, also ich fahre eine Stunde hin und fahre auch eine Stunde zurück. Das heißt, zwei Stunden Autofahren pro Tag. Ja, ist halt, lässt sich halt nicht vermeiden, ist halt so. Und das wird so das Einzige sein, was so ein bisschen womöglich am Anfang nervig ist, mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Ansonsten sehr viel Input, was natürlich kam, alle Leute vorgestellt gekriegt, Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Dann, ich habe schon so einen Verlaufsplan gekriegt, was so dann die nächsten Tage dann noch ansteht, dass ich so in alle, ja wie soll ich sagen, Abteilungen da mal so reingucke und habe auch schon so ansatzweise gesehen, was hauptsächlich meine Aufgabe sein wird, ja. Da kann ich aber jetzt so tatsächlich nicht viel zu sagen, weil ich eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben habe und so, ja. Aber ja, das sind halt was sind halt Sachen, die ich halt im Endeffekt archivieren muss. Also ich muss sie in einem Programm, ich kriege, ich kriege Daten praktisch, ja, ich kriege Urkunden, ich kriege alles mögliche. Von mir aus auch normale Schriften, Übersichten, was auch immer zu bestimmten Themen und die muss ich halt richtig dann in ein Programm, was ich mir jetzt dann in den nächsten Tagen dann während der Arbeit so ein bisschen Learning by Doing, ne, alles angucke und da muss ich sie halt dann praktisch rein einpflegen, sodass dann halt alles archiviert ist und wenn es dann heißt, wir brauchen Informationen zu Sache XY aus dem Jahr XY zum Thema XY, dann kann man das, wenn derjenige es richtig einsortiert hat, das mit ein paar Klicks finden, ausdrucken und dann halt dahin schicken, wo es gebraucht wird oder halt dann, das ist ja auch noch alles so, ähm, für mich jetzt auch noch so neu, ne, weil da geht es dann halt auch darum, ähm, wie lange ist das, wie lange darf das, äh, manche Dokumente dürfen erst ab so und so viele Jahren rausgegeben werden, ne, dann darf erst danach gefragt werden und sowas, alles. Das sind sowas so dieses, diese ganzen Regeln, die jetzt so halt mit der Zeit wird man da so reinfinden, würde ich jetzt mal behaupten, ja, am Anfang ist natürlich extrem viel, dann, dann, dann geht das, dann kannst du das machen, das machen, das machen, der ist dafür zuständig, der dafür, der dafür, der dafür, wenn du Fragen hast, geht zu dem, hier und da und dort und der macht das und der macht das, ach ja, das ist auch noch so deine Aufgabe dann, er hat mir das erstmal alles angehört und dachte mir so, ja gut, okay, ähm, da werden wir sowieso nochmal, nochmal drüber reden müssen, weil bis dahin, ähm, ist das sowieso so ein bisschen schwierig, sich das alles zu merken, vor allem jetzt auch, äh, habe ich dann gestern gesagt, wir brauchen uns das Programm eigentlich noch so gar nicht intensiv angucken oder so, weil, ähm, einmal angucken, dann zwei Tage nix damit machen und dann ab Montag dann damit wieder starten, da hast du ja auch wieder alles vergessen, so, ne, deswegen, ähm, geht das dann mit dem Programm ab Montag los und dann schauen wir einfach mal, wie das so läuft, ich habe direkt an meinem ersten Tag Überstunden gemacht, ja, das nenne ich mal einen Einstand, ähm, naja, aber vom Prinzip her wird es jetzt so, ähm, arbeitsmäßig sich einpendeln, dass ich um halb vier Schluss habe, freitags halb drei und, ähm, ja, dann muss ich halt noch die Stunde zurückfahren, ne, ohne Stau jetzt, wenn da Stau ist, dann dauert es halt noch ein bisschen länger und dann kann ich halt nicht gewährleisten, ob ich, äh, jeden Tag Videos mache, ja, gestern zum Beispiel an dem Freitag, da war ich länger da, da war ich erst um halb sechs zu Hause, ähm, bin aber auch ein bisschen in Stau gekommen, aber ich bin halt auch erst so viertel nach vier oder sowas losgefahren, obwohl ich eigentlich theoretisch halb drei Schluss gehabt hätte, ja, das ist ja alles, ähm, so ein bisschen gleitend, ja, und, ähm, ja, von daher, ähm, ja, sein, dass ich mal einen Tag ein bisschen länger mache, man kann Überstunden aufbauen, das ist ganz, äh, ganz gut eigentlich, und, ähm, dann kann man auch mal, wenn irgendwas ist, als Arzttermin oder weiß der Geier was, dann halt das auch so verrechnen lassen, ne, das ist ganz praktisch, ähm, ja, aber Kernarbeitszeit ist halt, dass ich, äh, bis halb vier machen müsste, wenn ich halt früher da bin, als ich müsste, dann kriege ich halt, ne, plus, und, ähm, ja, der Rest wird sich einspielen, also wir werden das sehen, ähm, vielleicht kommt dann mal, ähm, wenn, wenn irgendwas Besonderes ist, so, ne, ähm, aber ich, ich sage jetzt mal so, ich würde mich jetzt nicht mehr, vor allem, wenn ich dann noch mal in Stau komme und sowas und das richtig, äh, beschissene Rückfahrt war und sowas alles, äh, und ich dann eher spät zu Hause bin, dann werde ich mich wahrscheinlich nicht mehr hinsetzen und ein Video zur Super Elementarquest machen, das als Beispiel, ne, äh, wenn aber irgendwas Wichtiges ist, weil wieder ein super deutschsprachiges Update gekommen ist, dann könnte man da vielleicht drüber nachdenken, sich das anzugucken, ja, also von daher, ähm, das werden wir sehen, ähm, ich werde noch mal gucken, ich werde mir noch überlegen, wie wir das am besten so kommunizieren, ne, dass man so ungefähr weiß, okay, heute kommt nichts oder heute kommt was oder sowas, muss man mal gucken, wie wir das, wie wir das machen, aber das lasse ich erstmal so alles so ein bisschen so auf mich zukommen, ja. Okay, gut, jo, ähm, dann würde ich sagen, gucken wir erstmal, äh, wie der letzte Tag bei mir gelaufen ist, weil es war ja so, dass, äh, wir in den Freitag reingegangen sind mit sieben Niederlagen und, äh, man sieht, ich habe alle Angriffe gemacht und ich habe die letzten fünf alle gewonnen. Der kann, der kann, ja. Ja, gestern Abend gemacht, ähm, das war ja hier, dieser Gegner, war jetzt auch keine Laufkundschaft, würde ich mal sagen, ne, alles, äh, voll mit 30er-Truppen, war, ähm, relativ knapp, die Doppeltimius, die waren, ähm, sehr nervend tatsächlich, dann hatten wir diesen Gegner, ist jetzt auch keine Laufkundschaft mit Siegfried und Doppelpepper mit Skorpion, Tantun, Timius, also, ähm, womöglich sogar noch, äh, gefährlicher als der erste mit Doppeltimius, weil die außen waren, hier hatten wir halt Pepper direkt, ne, der Vorteil war, ich bin mit Rot reingegangen, ähm, ähm, mit, mit Mana-Kontrolle, Nurgib, Aradia, Nurgib und Ruby habe ich da mitgenommen und, äh, ich konnte ihn, äh, gut mit Steinen schädigen, sozusagen, er hat ausgelöst, ja, aber ich konnte ihn eine Runde, nachdem er ausgelöst hat, killen und dann war der ganze Tanz von denen auch weg und dann ging es, also ich hatte Krampus dabei, Krampus hat, ähm, zweimal, also jede Pepper einmal, ähm, gefressen, das war ganz gut, das hat mich, äh, dann so auch in die Siegerstraße, weil ich habe erst die Seite gekillt, weil auf die Skorpion, Tante hatte ich echt Null Bock und dann ging das dem beiden eigentlich dann auch ganz gut. Ähm, da bin ich mit Christine, Leo und dem Hasen reingegangen, ne, also so relativ klassisch, äh, starkes Deck gegen, gegen den Tank, ähm, auch mit Krampus natürlich wieder, ich glaube, der war jetzt gar nicht so das Problem, ich glaube, am nervigsten war Magni, wenn ich mich richtig erinnere und er hat auch einmal ausgelöst mit seinen, ähm, Feinden, was sind das, Nagerkrieger, genau, ähm, ja, war, war nicht, war nicht einfach, war auch, ging Richtung knappe Kiste, ne, aber halt auch dann, ähm, nicht so knapp, dass ich da wirklich komplett gezittert habe, ich habe, glaube ich, zwei oder drei Helden verloren, aber ich war eigentlich immer in einer guten Position. Ja, der, ähm, natürlich mit stark rot reingegangen, ähm, Wedel musste ich triggern, bevor mein Krampus den Alphaspot verloren hatte und dann ging das eigentlich auch, weil dann habe ich hier ein bisschen rot gekriegt, er hat mich dann tatsächlich um diese Seite gekümmert, weil ich auch mit Aradia reingegangen bin und Brand hatte sich ja hier natürlich wieder nicht gesetzt, war ja klar, kennt man ja nicht ab, ähm, war dann aber tatsächlich, äh, relativ souverän und ja, der war sehr, ne, also der, der, ich, ich hatte meine Grün, ähm, das, es war eine unglückliche Situation, ich hatte meine Grün, meine sieben Grün, weil ich ja, ne, Schwerpunkt mit Grün, also ich habe, ähm, Evelyn, Wedel und, äh, Elkan mitgenommen und ich hatte nach zwei Zügen meine sieben Grün, das Problem war, hier war der Alphaspot noch. Ja, und mit der Runde, mit der ich dann warten musste, habe ich eine Kaskade gekriegt, obwohl ich die eigentlich hier unter Atlantea gespielt habe, die dann Nautica getriggert hat, weil drei Grüne sind in Nautica reingegangen, äh, bei den Vieren, die ich hatte, war auch eine Kombo, die da reingegangen ist, also Nautica hatte dann ausgelöst und, äh, Hathor war dann an und dann war ich natürlich in einer blöden Situation, Alphaspot war weg, aber Immunität war drauf. Ja, ähm, ich habe mich dann um, um die Seite gekümmert, Evelyn hat das ja runtergenommen, äh, Wedel und Elkan, die haben zumindest bei den beiden Blauen dann passiven Schaden gemacht, also vor allem halt auch Elkan, ne, weil er ja mehr Schaden auf Blau macht und, ähm, das lief dann, äh, so ganz gut, dass wir das dann halt auch gewinnen konnten. Ja, Schlauzunge hat im Endeffekt zweimal ausgelöst, aber beide Male tatsächlich, als ich auch meinen Krampus anhatte. Das war natürlich auch von Vorteil. Ja, das erstmal dazu, also souverän, ähm, Defensive war auch souverän, souverän ist eh, ja, da werde ich dann auch wieder angegriffen wie der letzte Kaiopai, ne? Royal hat auch nichts gegönnt. Die himalige Hunting-Spieler auch nicht. Ja, dafür hat Second Rangers gegönnt. Also, als wir dann summa summarum Top 5% waren, war eigentlich in Ordnung, ähm, Loot werden wir morgen im wissenswerten Video dann sehen. Ja, achso, und die Defensive, ja, sehen wir da nochmal, also der, die Variante mit Fortuna und den Feinden, dass ein Attackdown drauf ist, hat jetzt nicht unbedingt funktioniert. Ja, muss man, muss man ganz klar sagen. So, und, ähm, ja, dann gucken wir mal. Das ist die, das Siegerteam mit Chang'e, Doppelpepper, Christine und Forces. Tatsächlich, wenn ich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ja, das ist eine gute Defensive, aber was ist das für eine Truppe? Da war schon der erste Fehler. Ähm, und das ist ein starkes Team, aber ich finde tatsächlich, dass, äh, vor allem solche Gegner wie mein Gegner, den ich da hatte, mit Doppelpepper, die hier an jeweils einer Flanke standen oder Doppelteamios außen, so am ersten Blick gefährlicher wirken. Natürlich, Christine triggert Pepper und, äh, Pepper, aber, ähm, ich finde, es gibt deutlich unangenehmere Defensiven, was das aber nicht schmälern soll, weil das halt trotzdem auch immer noch eine starke Defensive ist. Deswegen, ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, verdientes A. Und, was man dazu ja auch sagen muss, das kommt ja in erster Linie, sehr stark offensiv. Sehr, sehr stark. Ja, also 25-0. In der heutigen Zeit ist schon sehr ordentlich. So, und der südkoreanische Glory, ähm, ja, die hier finde ich zum Beispiel deutlich unangenehmer. Ne, bin ich ehrlich. Also, der, der Cäsar hier mit dem Schaden und mit dem, äh, Feind, der dann halt, äh, angreift, mit 100 Prozent. Du kannst ihn nicht wegheilen, der bleibt permanent. Außer, bis er dann halt, äh, das Leben abgezogen hat und so, ne, aber er macht halt auch Schaden. Das ist natürlich, und es gibt genau Minus-Angriff auch noch. Der macht ja schon wieder so viel Kram. Ähm, das ist natürlich, ähm, finde ich deutlich unangenehmer als eine Shang-E. Ja, aber gut, ist wieder so persönliches Feeling, ne, aber Skorpion-Tante auch dabei. Lodius, Timius, Shah. Also, die Defensive finde ich persönlich deutlich, deutlich, deutlich anstrengender, anspruchsvoller, gefährlicher als die von, äh, Krolia. Sind aber beides Top-Defensiven. Also, so oder so, beides sehr starke. Aber wenn ich jetzt da zwischen wählen müsste, würde ich sagen, Glory hat die Stärke. So, dann haben wir... Unseren Finnen. Okay. Ja, gut. Okay. Also, ähm, ein langsamer Außen. Galapago da. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, fand ich jetzt die ersten beiden deutlich, deutlich stärker oder deutlich gefährlicher. Zumindest so von dem, wenn man das jetzt so sieht, ne. Ähm, kann natürlich sein, unter gegebenen Umständen, dass das dann doch sehr unangenehm wird, was hier alles so passiert. Vor allem, wenn Pepper und dann Christine auslösen, dann könnten drei schon weg sein und so, ne. Schlechtes Board hier und da. Alles möglich. Ich will ja nicht sagen, dass das eine schlechte Defensive ist. Aber die anderen sind halt so vom Papier her, würde ich sagen, deutlich, äh, gefährlicher, wenn du dann da zweimal eine Pepper hast und hier hast du jetzt Pepper und, äh, die Bestie. Würde ich eher sagen, okay, Doppel-Pepa ist gefährlicher, ne. Ähm, nichtsdestotrotz auch hier super gelaufen anscheinend. Wenn jemand mit Minions gekommen ist, war Galapago da. Also, das, äh, konnte man dann jetzt auch nicht so unbedingt sich drauf verlassen. Ja, dann hole ich mir mal ein Bonusschild mit den Minions. Hm, ein bisschen schwierig. Gut, und bei denen brauchen wir halt, äh, Teamius, Pepper brauchen wir keine, nicht noch mal drüber reden, ne. Die machen massiven Schaden. Das ist, äh, kennen wir ja schon. Deswegen, ja, Spott bringt dir auch nichts, wenn sie drauf geht, ja. Ähm, außer du hast jetzt einen Phorsis, der dann vielleicht als Mönch widersteht. Aber so ein Krampus ist dann halt, äh, erstmal ausgenockt. Und dann kommen die Multi-Hitter dahinter. Also, es ist jetzt nicht, es ist nicht doof, ne. Wie hier gestellt worden ist. Aber so halt Mana-Geschwindigkeitsmäßig und vom Special her fand ich die anderen beiden gefährlich. Ja, aber auch hier starke Leistung, ja, auch 25-0. Der drei Champions, alles klar. Hm, ja, Satori, mega unangenehm, ne. Ähm, der, der wurde ja, der, der greift ja auch die Basis an. Haben wir, ne, haben wir ja festgestellt bei dem Balance-Update. Der greift auch die Basis an. Also, der macht, der hat erstmal mega viel Speed gekriegt. Wer sich daran erinnern kann. Also, der hat, äh, da stand da 400 bis 600 PS oder was war das? Und, ähm, ja, er greift halt auch die Basis an. Das heißt, da, deswegen gibt es jetzt auch diese Pässe, ja, damit du dann halt deinen zweiten Bauarbeiter wiederholen kannst. Wer es nicht versteht, guckt dir das Balance-Update Video an. Das ist sonst, äh, ein bisschen sehr komisch zu erklären. Ähm, ja, dann drei Champions. Okay, das ist natürlich, äh, schon wieder so eine Nummer, ein bisschen, ein bisschen Show-Off, ne. 65% mehr Angriff. Okay. Gegen ihn habe ich tatsächlich noch gar nicht gespielt oder einmal im PvP. Kann ich also so gar nicht so viel zu sagen, wie er jetzt ist, wie nervig er ist. Aber, ähm, mir reicht schon Satori als Tank. Wenn du den nicht wegkriegst, ich weiß, der, der one-shottet mir zum Beispiel eine einfach gelimit-breakte Ariel. Der macht da massiven Schaden drauf. Äh, der macht dann 630% und der one-shottet halt so eine Ariel. Der macht 1500 Schaden oder sowas. Mh, sehr, sehr undankbar. In dem Fall, da keine Heilung da war, hast du höchstwahrscheinlich, und hier brauchst du es auch nicht, brauchst du halt keinen Cleaner, ja. Der wäre natürlich interessant, wenn du jetzt so Helden da mit dabei hast, wie Aradia oder, gut, Skorpionentante kannst du ja eh nicht cleanen. Ähm, aber sowas in der Art, ne. Aradia, die, die, ähm, gut, er hier tatsächlich ja auch, er macht ja auch Blutungsschaden, habe ich gerade gesehen. Ja, sowas, dann wurde, dann sagst du, ah ja, da muss ich auf jeden Fall mit dem Cleaner reingehen. Und dann schallert er dir den raus. Das ist, äh, der ist schon eine gute Kombination. So, und dann noch der Letzte aus der Top 5. Ja, also, das ist halt, äh, bombastisch stark, ne. Aber wenn ich mir das jetzt angucke und dann gerade die Defensive mit Galapagun, der neunküpfigen Bestie, würde ich ganz klar sagen, ey, deutlich, 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 deutlich stärker. Aber, gut, so ist es, ne. Hm, hier haben wir Departed. Ja, gut. Satori, Doppelpepper, Forces, Sha. Brauchen wir nichts zu sagen, ne. Da siehst du halt auch, die haben halt die richtig krassen Helden, alle doppelt gelimit-braked. Dann, dann läuft das auf, ne. Während ich dann da mit so, ja, ja gut, war auch mehr so ein bisschen experimentiert bei mir, ne. Aber stark. Und, äh, ich werde jetzt nicht mehr eben bei jedem jetzt Einzelnen sagen, starke offensive Leistung, aber das müssen wir ja selber, ne. Palmeli 2.0 mit Konstanza. Okay. Okay, klar, wenn, ähm, wenn Forces, ähm, dodged und spottert, dann muss er das, das erstmal irgendwie hier so wegkriegen, ne. Weil er hält ja dann, er hält ja dann den ganzen Laden auf. Ja, gut, okay. Kann, kann nervig sein. Ja, auf jeden. Ja. Buckeye. Ja, ich wollte schon sagen, der ist, äh, wieder zurückgegangen. Der war nämlich bei, bei Gypsy. Der war auch mal damals bei uns auf der Liste. Aber, dann, äh, wollte keiner bei uns gehen. Dann, in der Zeit war er dann woanders. Ähm, kann ich sagen, die Leute auch nicht rausschmeißen, wenn sie nicht gehen wollen, ne. Ähm, ja gut, Pepper allein schon. Löst sie zweimal aus, geht auf die gleiche Seite, sind drei tot. Skorpion-Tante, noch ein Goblin, Nogu, ja. Schade, dass ich nicht gegen den gespielt habe. Den, den hätte ich gern mal gespielt. Einfach nur mal so, um zu wissen, wie das, wie er so als Gegner ist. Und Luna, ja. Luna ist natürlich auch wieder so eine nervige Barzille, die immer genau die richtigen trifft, die sie nicht treffen sollte, ne. So, also was, was können wir da jetzt schon mal so irgendwie, äh, irgendwie festhalten, ähm, stell, stell die krassen Dudes auf, die du hast, ja. Ähm, und dann wirklich halt die krassesten, wenn möglichst Multi-Hitter, und dann, ähm, muss er einfach drauf hoffen, ja. Ich meine hier auch. Aralia als Tank hätte ich womöglich auch machen können. Ähm, Ding ist halt, den Brand kriegst du nicht weg. Und der Brand ist massiv. Ja, also ich mein, 1040 Brandschalen über vier Züge. Lass da mal noch so ein, zwei Autotechs reinprasseln, dann ist, äh, bist du auch schon sehr hart gedamaged, ja. Growth, also Wachstum, Luna, Jove und Shah. Jove geht auf alle. Mit dem Wachstum. Könnte nervig sein, ja. Ja. Heilung, Heilung kommt ja nicht durch ihn. Ach, ne, er heilt ja noch nicht mehr. Ach, ne, das war Dingens. Ne, Luna, genau, Luna heilt, ne? Ja, heilt, genau, genau, genau. Genau, er, obwohl, er heilt doch auch. Heilt doch um 25 Prozent. Ja, ich wollte schon sagen, er heilt doch auch. Genau. Ähm, ja, das fällt natürlich weg in dem Fall, aber das Wachstum ist ja da, das, das Entscheidende. Ne, die Kombination Dunkelfeder und Giftfeuer finde ich extrem beschissen, weil er macht die Werte hoch, Giftfeuer setzt die Werte bei uns runter, ja, also ein Angriff zum Beispiel und hier wird die Verteidigung erhöht, bei uns der Angriff runter, macht halt kaum noch Schaden. Da reicht es, wenn die, wenn jeder einmal auslöst, dann gibt es da schon ein gutes Polster für den jeweiligen, der die beiden, äh, Goblins halt hat, ne? Ja. So, was haben wir hier? Okay. Doppel June. Freya. Jetzt nicht so mitgerechnet, ne? Na Freya, na Mayanna und dem Kardinal, ich meine, da ist ja mein Team schon stärker, also nur von der Teamstärke her. Okay. Vor allem fügt zusätzlichen Schaden bei Schatten zu. Ich würde hier mit Gelb reingehen, dann hätte ich erstmal die Sorge um den kleinen, bösen Jungen hier nicht, ne? Gut, das ist ein bisschen überraschend, finde ich, also die finde ich jetzt nicht so bombastisch krass tatsächlich. Robinson von der Gemeinschaft, okay. Okay, sie klaut auch, okay. Jo, Starwalker. Löst Starwalker zweimal aus, innerhalb von kürzester Zeit. Dann, äh, triggert er seinen eigenen Defense down. Alle tot. Das heißt, das kannst du so ganz einfach, äh, einmal rausstellen. Ja, dann sind alle tot. Ähm, ja, gut. Ich meine, wir haben deutlich gefährlichere, also optisch gefährlichere Defensiven gesehen. Aber die scheint ja hier auch ziemlich gut zu sein. Unabhängig davon auch starke offensive Leistung, ne? Ja, Grimir, Departed. Ja, gut. Brauchen wir nicht drüber reden. Wenn wir uns ja einfach nur die Helden angucken, dann weiß er auch schon gefühlt, was Sache ist, ne? Alles schnelle Helden, alles verheerende Helden. Starwalker, Pepper, triggern sich gegenseitig. Dann hast du noch Giftfeuer zweimal. Und Gestalt ist jetzt auch kein Kind von Traurigkeit. Ja, also der ballert da auch ordentlich rein. Ist halt auch extrem stark. Oh, die Allianz heißt YouTube? Hm. Okay. Ähm, was hat der denn? Oh ja, Hel. Hel ist ganz doof. Habe ich keine guten... Also Hel und Smartang, die Angriffe laufen selten bei mir, tatsächlich. Roquefort, okay, Fulvia, ja, von mir aus. Ich bin kein großer Fulvia-Fan, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Aber hier, Schal, Roquefort, wenn der, wenn der feuert, das ist natürlich dann auch. Wenn das Ziel in drei Zügen besiegt wird, erhalten alle Gegner 856. Das wird noch ein bisschen höher sein. Und das, äh, Shepard schon ordentlich. Na, also das wäre auch so ein, so ein Kandidat, wo ich sagen würde, den kannst du mitnehmen. Auch gegen Helden, die zum Beispiel Überheilung machen. Weil, ähm, das ist dann massiver Schaden, der da rein plückt. Ne? Ja, Schal. Brauchen wir nichts zu sagen. Der ist halt auch, wenn er jetzt nicht heilt in dem Fall, ist er trotzdem halt extrem unangenehm, ne? Gypsy? Ja. Timius Doppelpepper, Christine Ferrer. Ja. Ist halt Gypsy. Ja. Braucht man sich jetzt nicht unbedingt, äh, wundern, dass halt da auch das Beste vom Besten wieder steht. mal hier. Seven Days Hunting mit der dreckigen Kingdom Defensive. Ich glaube, da, zu der Defensive brauchen wir halt auch nichts mehr sagen, ne? Auch wenn bei Charlie hier in dem Fall nicht heilt, sondern dafür nur zuständig ist, dass es ein Attack-Up gibt und, äh, gecleanet wird, plus dieser Mana-Slowdown, der sich setzt. ist halt trotzdem, der, der Bonus ist ja da, ne? Also, die Heilung setzt sich ja auch als Bonus, aber halt, die tickt halt nicht, die Heilung. Ähm, der, der Rest bleibt ja gleich. Der Rest ist genau so nervig, wie er sonst auch im normalen PvP ist. Will man nicht gegen spielen. Ganz einfach. Willst du einfach nicht. Das ist eine Defensive, hier könnte jetzt auch noch ein kostümierter Hathor stehen. Äh, da, hier willst du nicht gegen spielen. Ganz einfach. Willst du nicht und fertig. Brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Also, unabhängig auch dann von der Defensive natürlich auch starke offensive Leistung. Hier haben wir I am Legend. Okay, Satori. Ja, Satori haben wir gerade schon gehabt. Farrah auch, Gestalt auch. Yana. Yana finde ich persönlich extrem cool. Ja, die hätte ich halt auch gerne. Aber da wird das größte Problem mit Satori sein, bin ich eigentlich fest von überzeugt, weil das ist ein nerviger Vogel. Hier haben wir noch Norbert. Ich glaube, Norbert ist auch ziemlich gut bei mythischen Titanen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ich würde einfach mal behaupten, wir haben deutlich stärkere Defensiven schon gesehen, die so auf den ersten Blick deutlich unangenehmer waren. Die ist auch stark, natürlich, klar, aber sieht auf den ersten Blick so aus, ach gut, zum Glück kein Doppelpepper und Teamius zum Beispiel. Kann man unterschätzen, aber unabhängig davon löst Chang'e zweimal aus. Geht ja auf alle, dann kann das halt auch schon relativ zügig vorbei sein. Und sie ist halt mittel, das heißt, sie ist jetzt auch nicht ganz so langsam. Kann auch daran scheitern, dass zweimal Chang'e auslöst und dann Game Over ist, ne? Okay, Luna als Tank? Hm. Weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen skeptisch. Buki auch außen, das ist noch ganz unangenehm, aber weil der so unangenehm ist und mittel ist, hätte ich ihn wahrscheinlich sogar statt Teamius dahin gepackt. Vielleicht, ja gut, Ginger musste ja wieder so spielen. Boah, das ist, ja, also eigentlich müsste Teamius hier hin, eigentlich müsste Ginger aber auch hier hin und Cookie müsste auch auf die linke Seite. So, eigentlich kannst du Luna rausnehmen und Luna und doch einen Held suchen, den du in die Ecke stellst oder sowas, einen schnellen. Ja, weiß ich nicht. Aber hat ja auch anscheinend funktioniert, ne? Zum durstigen Humpen. Okay. Bei Goblins, Alpha-Sport durch Queen Anna und dann Sniper und Marlin für jemanden, äh, jemand, der auf alle geht mit Blutungsschaden und sowas. Das ist natürlich, wenn Marlin auslöst, ist halt gefühlt, äh, vorbei. Ja, allein schon, weil sie halt außen steht, dann hast du schon so viel einstecken müssen, durch Outdoor-Text, durch andere Specials vielleicht, dass du halt gar nicht mehr in der Lage bist, hier nach überhaupt, einen Helden am Leben zu, äh, zu haben. Ja. Definitiv unangenehm, wobei ich Marlin halt so langsame Helden außen sowieso nicht, nicht an sich gut finde. Aber ich denke, da wird es eher hier so an der Mitte, ähm, happern tatsächlich. So, Thunderclouds haben wir auch am Start mit Goblins. Ja. Ja, da ist, äh, Schlauzunge. Das hat schon, hat anscheinend funktioniert mit der Schlauzunge. Aber ich glaube halt auch, ähm, die anderen vier. Weil die anderen vier, die sind halt, äh, Top-Niveau. Ja. Ähm, Schlauzunge ist jetzt nicht weit entfernt von Top-Niveau. Vor allem nicht in der Defensive. Aber, ähm, was das offensive Potenzial hier der Defensive angeht, das ist schon massiv stark. Oh, hier erstmal, ne? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Mh, mit Nix, Alassi, Sheikun. Okay, also die Defensive hätte ich jetzt so an sich nicht hier erwartet. Bin ich, bin ich ehrlich. Ja, ähm, da würde ich jetzt auch sagen, okay, das ist eine Defensive, die nicht A eigentlich ist, sondern eher so CD tatsächlich. Aber, da gibt's anscheinend Ausnahmen, die die Regel bestätigen, ne? Das ist so eine, wo ich jetzt sagen würde, hm, hab ich nicht erwartet. Was hat Oli gestellt? Okay, Ultrox, Leo und Giftfeuer mit Sim. Okay. Gut, das ist natürlich das dritte Kostüm, der frisst natürlich einiges. Hier haben wir Gegenschlag mit reduziertem Schaden. Okay, okay, hm, ja. Sim entfernt Boni. Okay. Na, womöglich. Ja, gut, ich mein, wenn du Leo nicht wegkriegst, ne, und Leo ein Giftfeuer auslösen, dann tut's halt einer Seite auch extrem weh. Ich, ja, das ist schwierig. Offensichtlich hat er ja alles richtig gemacht, ne? Aber auch da, wenn du mal überlegst, Leo klaut ja auch Mana, das heißt, wenn der, wenn der nicht wegzukriegen ist und du dann gerade nur deine Helden wieder voll hast und er dann wieder feuert, dann stehst du halt schon wieder da, ne? Dann musst du wieder suchen und dann hat vielleicht Ultrox ausgelöst, dann haben wir auch noch Gegenschlag drauf. Also kann, kann da auch sehr unangenehm sein tatsächlich. Und dann haben wir hier als Sätzen, okay, Frick, Satori, Oberkahn, Barclay, Horus. Hm. So, der Oberkahn, ja. Das ist natürlich so eine Sache. Weil Thun, ne? Allein deswegen. Satori, ja, brauchen wir nicht sagen, nerviger Kaspar. Barclay kann auch gefährlich sein, weil ja die, die Raketen dann auch noch explodieren, nach einer gewissen Zeit. Genau. Wenn ein Gegner besiegt wird, der einen Geschossfeind hat, dann gibt es noch einen Nahe Gegner, dass die dann 500 Schaden erleiden. Äh, das ist natürlich auch ein bisschen, muss man halt auch immer irgendwie so im Hinterkopf haben. Deswegen wäre es immer ganz gut, wenn er nach außen geht, oder wenn die beiden Flanken tot sind, dass er halt auf den, egal, auf einen Einzelnen geht, und nicht irgendwo da, wo mehrere sind, falls man das dann, das nicht verhindern kann, dass das explodiert. Ähm, gut, frickt mit dem Defense down. Aber auch da, gefühlsmäßig, ne, waren da deutlich, deutlich stärkere Defensiven in der Top 100. So, die mit den ganzen Goblins, mit den Eulen, und, äh, was auch immer. Aber, ähm, sowas scheint auch zu funktionieren. Ja, also Thun zu Oberkahn, in dem Fall, ja, warum nicht? Ich meine, er geht auf drei. Genau. Aber der Gegenangriff, das ist das, was, äh, was ich auch schon wieder gemerkt hab, der, der, ist halt extrem nervig. Wirklich extrem nervig. Hab letztens auch wieder im PvP gegen Oberkahn verloren. Allein nur wegen dem Gegenschlag. Wirklich, wirklich nur deswegen. Und das ist ja nur für ihn, er macht den ja nur für sich. Und das hat schon, schon gereicht. Weil ich halt nichts gekriegt habe, und dann, ähm, das bisschen, was dann da mal reingegangen ist, da hast du dann halt schon gesehen, okay, 200 abgezogen, 300 abgezogen. Er ist ja dann auch nicht gestorben, ne, und dann geht er dann auch auf Gelb und so. Das ist, äh, nicht, nicht ganz ohne. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Aber, ähm, ich denke mal auch hier, äh, Satori großen Anteil daran, dass, äh, die Defensive so steht, wie sie, äh, jetzt aktuell steht. So, das heißt, was können wir jetzt festhalten? Hm. Ähm, tatsächlich ist, äh, Angriff die beste Verteidigung anscheinend. Also, nicht sowas wie, wie Fortuna und Schlauzunge, die das so ein bisschen, die den Gegner erst so ein bisschen zermürben, dass du keinen Damage machen kannst, sondern wirklich Helden, die, ähm, dich komplett weghauen. Timius, Goblins, also Fiskol, Pepperflame, ähm, dann halt Helden wie Gestalt, ein bisschen Support durch Forces, ne, der ja dann auch Mana gibt. Kingdom, Helden, Shah, Shange haben wir gesehen, Linina, oder Lini, mit, äh, mit allen drei Reisehelden, gibt viele Möglichkeiten, ja, ähm, da ich einen Großteil von diesen ganzen Helden halt alle nicht habe. Keine Gestalt, kein Fiskol, kein Pepper, kein Dunkelfeder, keine Shange, kein Shah, keine Skorpiontante, kein Forces, ne, nur mal so, äh, ist es halt so, dass, ähm, die, die das, die diese Helden haben, die können sie dann natürlich dann aufstellen und dann werden die auch eine gute Defensive haben. Leute wie ich, die jetzt, ähm, zwar auch gute Helden haben, aber nicht die Top-Helden, ähm, die müssen dann halt ein bisschen was anderes stellen und das kann natürlich dann, wenn sie in dem gleichen Pot sind, wie die ganzen starken Spieler, man hat ja auch gesehen, meine Gegner, ne, also das, ähm, waren ja jetzt auch, äh, vielleicht bei manchen No-Name-Allianzen, aber trotzdem starke Leute und, äh, die haben dann natürlich, solche Leute kämpfen dann auch gegen meine Defensive, die haben dann da vielleicht nicht so die Probleme, ja, werden vielleicht andere dann Probleme haben, aber in der Regel die Leute, gegen die ich spiele, die haben halt dann nicht so Probleme mit meiner Defensive, weil meine Defensive halt im Vergleich zu den anderen nicht so gut ist. Deswegen stehe ich bei 5-Sterne-Turnieren auch meistens immer eh, habe ich mich schon mit abgefunden, ja, das ist dann halt immer so, ähm, Hauptsache dann offensiv einigermaßen da gut durchkommen. Sind wir von der, in der Regel auch, wir haben einen Scheißtag gehabt mit 3 Niederlagen, meine ich. Ja, hier. 1, 2, 3, 4, 5, genau, der vierte Tag. Na, da haben wir, konnten 3 von 5 verloren. Das darf natürlich nicht so in dem Fall passieren, ne, und vorher war dann halt auch, da war sogar auch ein Tag, wo wir, äh, zwei Niederlagen hatten, also, nicht so einfach. Und, ähm, warte mal, da ist sogar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, wir hatten sogar 2, 2 Tage, oh, Tag 3 und Tag 4, wo wir 3 verloren haben. Das ist natürlich hart. Ja, da kannst du halt dann keine Top-Platzierung mehr erwarten. Deswegen Top 5%, war aber in Ordnung, sah aus wie sonst auch mein Top 1% Loot. Wie gesagt, das werden wir dann auch am, äh, im wissenswerten Video dann sehen, wie das dann aussieht. Ja, also, ähm, soma summarum, wir sehen, in den Defensiven ist kaum Minions Support, sondern halt wirklich einfach brachiale Gewalt. und die Helden, die mittlerweile in der Zeit rausgekommen sind, die sind halt so brachial, dass du sie halt da einfach hinstellen kannst und weißt, wenn der allein zweimal auslöst, dann killt er dir eine komplette Seite. Oder du hast halt den Helden doppelt, wie Doppelpepper zum Beispiel, dann könnt ihr dir auch, äh, so ein ganzes Team fast komplett zerschießen, ja. Also ich würde mal sagen, Pepper, Schal, Pepper, oder Pepper, Pepper, Schal, so in der Reihenfolge, ja, und die beiden Peppers gehen halt einmal links, einmal rechts, und dann kommt Schal, der auf alle geht, dann ist der Gegner tot. So, und, ähm, das wird halt zunehmen, das nimmt zu und deswegen ist halt wahrscheinlich auch, ähm, mittlerweile Angriff die bessere, war die beste Verteidigung in dem Fall. Muss ich, äh, mich dran gewöhnen, vielleicht muss ich auch einfach noch deutlich offensiverer stellen, vielleicht wird das dann was. Ja. Werden wir sehen. Okay, gut, ja, das war's, ähm, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.